Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei über 43.000 US-Dollar. Wir haben gestern ein nices Breakout gesehen, nachdem wir leider nicht mehr in unser Golden Pocket hier unten reingekommen sind. Leider, leider, trotzdem wer auf jeden Fall einen Trade mitgenommen hat, beziehungsweise sich getraut hat vorher long zu gehen und dieses Inverse Head & Shoulders zu traden. Herzlichen Glückwunsch an die Leute, wie gesagt, momentan bei ungefähr 43.300 US-Dollar. Wir sind in der Spitze bis auf über 44.000 US-Dollar gestiegen, also richtig krasser Pump seit gestern. Wir können uns das mal ganz kurz angucken. Seit gestern Abend 16% nach oben gestiegen, also sowas hatten wir ewig nicht mehr. Vor allem, was extrem wichtig war, wir haben wirklich mal ansteigendes Volumen gehabt. Wir hatten einen Pump mit Volumen und der nächste Pump, über Nacht dann, sag ich mal in den letzten Stunden, hat nochmal mehr Volumen gehabt und sowas wollen wir sehen. Wir wollen keinen schwächer werdenden Pump sehen, wir wollen einen größer werdenden, beziehungsweise gleichbleibenden vom Volumen Pump sehen und das haben wir erreicht. Deswegen sind wir auch durch dieses andere Golden Pocket, sag ich mal von dieser Abwärtsbewegung hier, haben wir keine wirklichen Probleme am Golden Pocket gehabt. Wir sind kurz konsolidiert und sind dann aber sofort durchgebrochen und jetzt hängen wir hier am 0.786er und konsolidieren erstmal. So, wie geht es jetzt auf jeden Fall weiter? Wir haben jetzt erstmal eine Menge, Menge Widerstand vor uns. Das war ja das, was wir gestern schon mal im Video angesprochen haben. Dann, sobald wir in diesen Bereich von 43.000 bis 44.000 US-Dollar kommen, werden wir hier die ersten Probleme wahrscheinlich haben. Ansonsten sieht es noch relativ gut aus. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen Probleme, weil hier eine Menge Widerstand ist. Wenn wir nochmal so eine Volumencandle reinkriegen und jetzt hier einen Widerstand nach dem anderen rausnehmen, können wir erstmal unser Preisziel von ungefähr 45.600 US-Dollar erreichen. Das ist jetzt erstmal unser erstes Preisziel. Kommt noch von diesen Inverse Head & Shoulders. Das können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ansonsten, übergeordnet, auf dem Daily haben wir weiterhin unseren großen doppelten Boden. Und sollten wir dann den wirklich mal vom Ziel erreichen, wir können das jetzt mal kurz einzeichnen, hier vom letzten Low bei 45.000. Wir gehen jetzt mal ein bisschen passiver hin bis 34.000. Nehmen das dann vom Preisziel. Also das Preisziel von unserem Inverse Head & Shoulders ist dann auch die Neckline von unserem doppelten Boden. Wäre das Preisziel, ich sage mal bei ungefähr 56.000, 57.000 US-Dollar. Dazwischen ist aber eine Menge, Menge Widerstand. Da müssen wir erstmal durch. Anscheinend nehmen die Bitcoin-Adressen mit über 1000 BTC zu. Ich glaube Florian hat es vorhin in die Gruppe geschrieben. Wenig Bewegung, sage ich mal, sonst. Aber, also die Altcoins bewegen sich relativ wenig. Man sieht es hier, relative Minus-Bitcoin zieht momentan, weil so viele neue Bitcoin-Adressen sind. Die Frage ist, woher kommen diese Bitcoin-Adressen? Ist es nachhaltig bullisch? Ist es nur kurzfristig? Momentan ist es relativ egal. Preisziel 46.000 US-Dollar ist drin, sobald wir hier diese Widerstände noch rausnehmen. RSI klar ist, ein bisschen hoch. Deswegen könnte es jetzt erstmal wichtig sein, dass wir nochmal einen kleinen Rücksetzer vielleicht in dieses Golden Pocket kriegen. Wir haben auch neue Monats-Support-Widerstände. Support und Widerstände, wollte ich sagen. Ich bin heute ein bisschen irgendwie gehypt, weil wir das lange nicht mehr hatten, so hohe Kurse. Auf jeden Fall, Monats-Pivot liegt bei ungefähr 41.150 US-Dollar. Knapp darüber liegt das Golden Pocket, also so ein kleiner Wig darunter wäre jetzt nicht verkehrt. Vielleicht hier nochmal konsolidieren ein bisschen, um dann mit neuem Schwung und geringerem RSI und hoffentlich wieder ansteigendem Handelsvolumen, vielleicht wieder so eine Candle, diese ganzen Widerstände rausnehmen. Da hätten wir uns einen doppelten Boden, hätten unsere vorläufige Trendwende erst einmal. Und dann könnten wir sagen, nächstes Ziel erstmal, 56, 57k ist dann auf jeden Fall drin, solange diese Bewegung auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt. Wir sind jetzt mal hier auf dem 4-Stunden-Chart. Ihr seht es hier unten, die Volumenanzeige abnehmend abnehmen. Und jetzt die letzten Tage kommt hier langsam auch wieder Volumen rein. Das heißt, der Markt hat wieder Bock, vielleicht auf höhere Kurse. Jetzt erstmal also nicht überhypt. Wir sollten immer noch auf dem Boden der Tatsachen bleiben, dass es immer noch Seitwärtsbewegung ist. Im Endeffekt haben wir auch hier eine riesige Range momentan. Aber es sieht erstmal gut aus momentan. Wie gesagt, Rücksetzer, Golden Pocket ist eine Möglichkeit. Hier nochmal ein bisschen konsolidieren und dann die nächsten Widerstände. Monats R1 liegt bei ungefähr 48.000 US-Dollar. Also es wäre auch so ein Ziel, dass wir vielleicht erstmal in Richtung 48k gehen, bevor wir dann nochmal ein bisschen weiter nach unten gehen. Aber ansonsten sieht es sonst wirklich gut aus. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz ein paar Altcoins an. Ethereum momentan bei ungefähr 2.900 US-Dollar. Auch hier haben wir einen Pump gesehen. Aber hier sehen wir nicht so krasses Kaufvolumen. Also bei Bitcoin hatten wir deutlich höheres Volumen. Kann auch an Short-Liquidisationen liegen. Wobei das Funding relativ neutral, sage ich mal, war. Ethereum abnehmendes Volumen. Also da bin ich noch nicht so wirklich überzeugt. Ist aber auch erstmal bullish, sage ich mal, für Bitcoin. Dass Bitcoin deutlich mehr Kraft zeigt. Das zeigt auch hier die Bitcoin-Dominance. Wir haben jetzt hier aber knapp 44%. Also die zieht momentan an. Ich vermute im Laufe des Tages wird die auch wieder ein bisschen zurückgehen. Und die Altcoins könnten mal ein bisschen wieder nachziehen. Außer Bitcoin hält sich jetzt natürlich und macht jetzt hier einen Widerstand nach dem anderen durch. Auf jeden Fall Ethereum. Hier hat es eigentlich perfekt gepasst. Wir sind in das Golden Pocket reingegangen. Sogar zweimal haben es als Support bestätigt. Also das Inverse Head & Shoulder ist auf jeden Fall hier im Play. Warte, ich zeige es euch nochmal. Jetzt ist auf jeden Fall im Play. Man sieht es hier ganz schön. Von der Neckline her sind wir jetzt gerade so ungefähr daran, dass wir es bestätigen würden. Also wir sind hier noch nicht wirklich ausgebrochen. Klar, wir haben Ausbruchsvolumen, passt auch alles. Wir sind aber noch nicht so wirklich über diese Neckline hier drüber gekommen. Ihr seht es hier, wenn dann war jetzt hier gerade der Retest. Also hier haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und es wird sich jetzt wahrscheinlich auch bei den Altcoins generell zeigen, dass wir hier generell Luft nach oben hin haben. Man sieht hier Cardano. Auch ein Inverse Head & Shoulder, was sich hier gebildet hat. Neckline durchbrochen. So ein richtiger Retest war hier noch nicht. Volumen auch nicht wirklich ansteigen. Also da hatten wir hier unten, wo sich der Kopf, sage ich mal, gebildet hat, dieses Inverse Head & Shoulders. Deutlich mehr Volumen. Wir kommen jetzt natürlich auch an eine wichtige Phase. Wir haben den Monatspeavit bei circa 1 Dollar. Das heißt Monatspeavit für den Monat März, neuer Monat. Ist halt jetzt auch psychologisch extrem wichtig, hier wieder drüber zu kommen. Wir haben auch den 200er SMA, den 200er EMA hier bei 103, äh, bei 1,03 US-Dollar. Also da wird es wirklich interessant, ob wir hier nachhaltig wirklich drüber kommen können. Und dann wirklich den Monatspeavit nochmal bestätigen. Und dann diesen Downtrend, der momentan bei ungefähr, ich sag mal, 1,10 Dollar ungefähr liegt, dann nachhaltig ausbrechen können. Also die Altcoins momentan noch etwas zurückhaltend. Wundert mich eigentlich, dass die noch nicht jetzt so nachziehen, obwohl Bitcoin momentan ein bisschen konsolidiert. Was halt krank ist, ist Luna. Also Luna hat überhaupt keinen Bock mehr irgendwie zu konsolidieren. Man sieht es hier, ähm, wir haben gestern noch drüber gesprochen, okay, dass wir vielleicht mal Rücksätze hier in die 60er Region sehen könnten. Juckt Luna überhaupt nicht. Wir nehmen einen Widerstand nach dem anderen hier raus. Wir hatten jetzt unser Top, sagen wir mal, bei 95 US-Dollar. Wir sind hier schon wieder fast auf All-Time-High-Niveau momentan. RSI, jetzt bilden wir die ersten Bearish Divergences. Also weiterhin vorsichtig. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde das Ding hier aber auch nicht shorten. Niemals in solche riesen fetten Candles reinschorten. Da könnt ihr nur verlieren. Dann kommt nochmal ein Wig nach oben und dann seid ihr draußen. Also würde ich nicht. Ich würde jetzt erstmal abwarten, wie sich das hier weiterentwickelt. Die vier Stunden, je mehr Ribbons und den Monats-Pivot könnten vielleicht ein guter neuer Long-Einstieg sein bei ungefähr 77 US-Dollar. Aber ansonsten gilt, nicht shorten in solche Candles. Das ist mir extrem, extrem wichtig, dass ihr nicht in solche Candles reinschortet. Volumen weiterhin eigentlich relativ hoch. Also es ist nicht wirklich abnehmend. Klar, wir haben hier, es kann nicht immer nur weiter nach oben gehen. Aber vielleicht hier diesen Bereich um Monats-Pivot 77, 78 US-Dollar mal im Auge behalten, dass wir hier vielleicht eine kleinere Korrektur nach unten sehen. Und dann den Bounce weiter nach oben fortsetzen, beziehungsweise auch den Trend nach oben hin fortsetzen. Denn wir haben auf jeden Fall einen sicheren Abtrend gebildet. Würde auch hier, sage ich mal, mit diesem Abtrend passen. Also behaltet es auf jeden Fall mal im Blick. Zeichnet euch den Abtrend ein. Ansonsten war noch der Wunsch, REN anzugucken. Habe ich mich jetzt noch gar nicht darauf vorbereitet. Können wir uns aber gerne mal angucken. Machen wir hier mal Live-Analyse. Was man hier schön sehen kann, wir hatten hier auf jeden Fall eine Bullish Divergence. Die hat ausgespielt, also tieferes Tief im Chart. Höheres Hoch im RSI, die hat ausgespielt. Dann haben wir die 4 Stunden E-Mail-Ribbons nochmal als Support bestätigt. Was bei REN vor allem wichtig war. Wir waren hier relativ weit oben mit dem RSI. Deswegen war es relativ safe, dass wir hier den 200er SMA nicht halten können. Sind runtergegangen in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Somit haben wir erst einmal einen Abtrend gebildet. Den können wir uns jetzt auch gleich mal einzeichnen, hier live im Video. Der ist auf jeden Fall intakt. Hier könnte es jetzt nochmal interessant werden. RSI ist relativ weit oben. Wir haben eine 4 Stunden Bearish Divergence. Hält der 200er SMA hier. Hält der Monats-Pivot und der Abtrend. Also solange wir hier diesen Abtrend halten, ist es immer noch eine gute Möglichkeit, hier in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons reinzulongen. Und dann hier diesen Trend fortzusetzen. Ansonsten, nächster Support ist hier auf jeden Fall bei ungefähr 0,32 US-Dollar. Nächster Support dann erst hier bei 0,25 US-Dollar. Also hier würde ich eher so in Richtung Monats-Pivot, 200er SMA gehen. Beziehungsweise 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Dann hätten wir einen Doppeltop. Also hier muss man wirklich aufpassen. Solange aber die Märkte absolut grün sind und Bitcoin auch weiter steigt, würde ich mir hier bei REN erstmal keine Gedanken machen. Außer es fließt jetzt natürlich das ganze Kapital in Bitcoin. Ansonsten sieht es relativ gut aus. Abtrend, 4 Stunden E-Mail-Ribbons immer wieder getestet. RSI, klar, ist ein bisschen weit hoch. Bearish Divergence Volumen abnehmend. Also Rücksetzer hier in die Ribbons ist auf jeden Fall erst einmal möglich. Wäre so eine 10% Korrektur, würde vielleicht nicht schaden. Gut, ansonsten schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Coinbase erleichtert internationalen Zahlungsverkehr in Mexiko. Ja, auch Mexiko will ja immer mehr Kryptowährungen etc. Es gab ja auch schon Aussagen, man soll Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die News interessieren, werde ich sie euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Wenn es etwas Neues gibt, kommt in die Telegram-Gruppe, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.